So, erstmal an alle, die sich so fleißig beteiligt haben, mitgemacht haben, ganz, ganz viel Geld gesammelt haben für Menschen, für Menschen, möchte ich mich stellvertretend von dem ganzen Team bedanken und hoffe, dass ihr auch im nächsten Jahr ganz, ganz viel sammelt und weitermacht. Und wirklich herzlichen Dank und ich bin wahnsinnig stolz auf 10.000 Euro und 600 zerquetschte, auf jeden Fall für eine ordentliche Summe. Vielen, vielen Dank und weiter so.